Dieser Ford Transit Connitz steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für zwei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 66.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2011. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Anhängerkupplung, Bluetooth, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt einer Leistung von 90 PS. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017